Ja, wir fahren direkt an der Isar in Grünwald. Ein wunderschöner, herrlicher Wald. Ganz angenehm zu fahren. Interessanterweise relativ wenig Radlfahrer, obwohl wir jetzt zehn Kilometer vor München sind. Wir warten jetzt ständig, dass irgendwelche Bayern-Profis joggend an uns vorbeikommen, aber bislang ist noch nichts passiert. Dann fahren wir halt weiter.